vielen dank dass ihr so zahlreich erschienen seid ja fangen wir erst mal an was ist ein helmholtz resonator das ist das was hamann von helmholtz 1859 entwickelt hat er hat als schmalbandigen filter genutzt also im unteren teil kam ein klang gemisch raus oben hatte er das ohr und hat dann entsprechende frequenzen aushören können oder eben nicht wichtig daran ist das verhältnis von um dem hals und dem volumen unten die form des volumens unten ist im grunde beliebig deswegen ist auch eine flasche die man anbläst ein helmholtz resonator ich habe hier drei verschiedene stehen fangen wir erst mal mit der an eine leere und eine nicht ganz leere wie man hört das volumen macht den unterschied so wenn wir jetzt über musik sprechen dann müssten wir uns entweder eine ganze batterie von flaschen aufstellen oder wir bräuchten einen flexiblen resonator so etwas ist übrigens eigentlich nur die luftsäule zählen wir also nicht als helmholtz resonator aber wir haben ja schon eine entsprechende körperöffnung mit kleinerem ausgang nämlich den mund wir müssen also nur noch ein passendes rauschen dran geben bekannt sind zwei möglichkeiten einmal wir haben eine flatternde metallzungen die klassische westeuropäische art klingt nicht so schön nehmen wir die hier wie man hört ich habe im spielen direkt auch die hals öffnung begrössert dadurch hat sich der klang verändert aber wir können auch einfach ein rauschen drauf geben so etwas nennt sich nasenflöte nein es ist kein helmholtz resonator es nutzt nur ein und die kann man schön umdrehen um zu zeigen dass wirklich ein rauschen rauskommt aber wenn man halt dieses rauschen in den mund geraten lässt dann kommt es zur tonbildung die ist extrem schwer zu spielen die ist etwas leichter so wir können auf zwei arten als das verhältnis von hals zu volumen verändern wir können entweder die mund öffnung anpassen oder wir können mit der zunge das volumen dahinter anpassen so viel zur theorie wir kommen zum praktischen teil das heißt jetzt wird der stream beendet bis zum nächsten mal